Badetime. Däubchenbadetime. Dahin liegt die Püppi, da ist der Timmy, da sind Hühner, alle meine Süßen, überall irgendwo verteilt. Ja, jeder möchte mal baden. Hey, Melo, machst du mir da den Boss, ne? Melo ist so stolz, guck mal, das ist Melo. So schön ist der geworden. Wahnsinn, ich bin richtig stolz. Melo, und da sitzt Bubble. Bubble ist auch schön geworden. Da kommt Lara Fluse. Fluse will auch da rein. Und da sitzt Fendi. Fendi ist auch wunderschön geworden. Sind alle wunderschön. Tja, abwechselnd. Bubble badet. Jetzt kann man sehen, ich habe alles wieder schön weiß gemacht hier. Und die Balken werden noch schwarz gemacht. Und, naja, hier oben, die muss ich auch noch weiß machen. Aber sonst sieht es schon mal wieder gut aus. Aber ich plane schon wieder Neues zu bauen. Für die Täubchen. Das Winterquartier, das kommt noch, das machen wir heute. Ah. Ach, ist das schön. Schön, wenn es denen allen gut geht. Okay, dann mache ich mal wieder aus. Na, kann sein, dass Fendi jetzt reingeht. Ja. Fendi macht sich auf den Weg. Ah, jetzt wird Bubble wieder meckern. Ich bin erster. Jeder will da rein. Zack, zack. Kleine Fluse steht hier in der Sonne. Ja. Die Badeschale. Hey. Hat er jetzt Platz gemacht, damit Fendi rein kann? Oder will er selber rein? Ich weiß mal, ob er genau ist. Ah, Bubble ist schon wieder da drin. Ja, jetzt ist aber mal gemeckert. So, jetzt ist Fluse drin. Yay. Das war eben gerade frisch, das Wasser. Das sieht schon wieder aus. Aber ist schön. So soll es ja sein. Die Fluse. Die planscht auch mal im Wasser rum. Na, Fendi kommt von der anderen Seite. Ja, es fehlt jetzt nur noch Fendi. Dass sie da mal reingehen kann. Fendi ist die freundlichste, ne? Die wartet immer. Ich glaube, die ist schon die älteste von dem. Milo hat jetzt gesagt, Fluse raus. Na, endlich, Fendi. Na, oder Milo geht rein. Milo verteidigt das Wasser. Ja, ja, ja. Soll gar keiner rein, Milo. Hm? Ja. Ein schöner. Hm? Was? Hopp, hopp, darüber. Und darüber. Schön machst du das, Milo. Hm? Kannst im Zirkus auftreten, ne, Schatz? Ja? Milo? Ein süßer? Hm? Ja. Ja, schön. Hm, Milo? Guckst du, was ich dir da erzähle? So, wen haben wir jetzt? Jetzt ist Fluse wieder da drin. Ah. Gut. Fendi ist Steinchen. Naja, die werden sich schon einig. Auf jeden Fall ist das sehr schön, das zu beobachten. Wer ist das jetzt? Das war, das ist Fluse. Fluse ist da hochgeflogen. Fendi geht mal wieder da, auf Wacheposten. Na, ich glaube, jetzt geht mal. Bubble geht immer wieder rein. Bubble liebt das total. Milos bringt die auf die Sachen rum. So, jetzt geht Fendi doch noch mal hin. Naja, irgendwie. Ei, endlich. Hammer, Fendi auch. Fendi ist jetzt endlich auch mein Bad. Wow, 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 wow. Flügel trocknen. Fluse auch wieder dabei. Ah, ich könnte den ganzen Tag zugucken. Aber ich habe auch nicht so viel Zeit, um nur da immer zuzugucken. Überall bei allen Tieren hier. Die wollen heute nämlich für die, dass den Winterunterschlupf noch bauen. Ja, weil wir die ja dann hier aus der Klappe rauslassen. Damit die dann, wenn sie möchten, wieder zurückkommen können. Ne? Ihr vier Süßen. Gut, jetzt mache ich mal wieder aus, sonst wird das viel, viel, viel zu lang, das Video.